Aber ja, wir könnten ja jetzt wirklich mal dazu kommen. Luca, hast du schon mal betrogen? Warum? Schau immer Mia und fragst das. Ich frage jetzt alle, dann kann man mit dir anfangen. Okay, ähm, ja. So denkt, so fühlt die junge Generation. Das ist der Zurich Pride Podcast mit Next Generation Queer. Salut zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Zurich Pride Next Generation Queer. Ich bin Noelia Berbera, 24 Jahre alt, komme aus Basel. Ich bin lesbisch, meine Pronomen sind she, her und ich bin cis. Hey zusammen, mein Name ist Veronika Confessore, ich bin 28 aus Zürich. Meine Pronomen sind she und her und ich bin lesbisch. Salut miteinander, ich bin Oliver, ich komme aus St. Gallen, ich bin 21, bin hetero und trans. Hallo zusammen, ich bin Luca Collins, bin 23, komme von Solothurn. Ich bin schwul und meine Pronomen sind hi, him. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich im 2018 stark beschäftigt habe. Und zwar bin ich nach einer zweijährigen Beziehung betrogen worden. Also unser heutiges Thema Fremdgehen. Uuuu, juicy. Ich starte gerade mit einer allgemeinen Einstiegsfrage. Was ist für euch Fremdgehen? Also, Fremdgehen, meine lieben Leute. Fremdgehen fängt für mich nicht mit einem Kuss oder Sex an mit einer anderen Person an. Fremdgehen ist für mich schon mit Schreiben. Zum Beispiel fängt für mich Fremdgehen auch schon im Kopf, in den Gedanken an. Oder wenn du die ganze Zeit mit einer anderen Person schreibst und du weisst, die Intentions von der anderen Person sind, dass sie dich mega gerne hat, dann ist das für mich auch schon ein Fremdgehen. Weil du könntest das eigentlich schon lange unterbinden, aber du machst das ja nicht. Und du weisst ja eigentlich in dem Moment schon, dass das, was du machst, nicht richtig ist und das ist für mich in dem Moment schon Fremdgehen. Ja, ich finde auch emotional. Also, sobald es emotional mehr ist, als das eigentlich sein sollte, weil du in einer geschlossenen, monogamen Beziehung bist, ist das halt schon emotional Betrug. Also, Betrug. Emotioneller Betrug, ja. Finde ich. Ich finde auch, es fängt nicht beim Physischen an, sondern mehr beim Emotionalen. Ja, das stimme ich eigentlich wirklich zu. Ich finde etwas von dem Gedanken an, habe ich einen Partner und denke aber, oh mein Gott, mit dem würde ich mega gerne ins Bett. Das ist für mich eigentlich schon so ein bisschen ein Anzeichen von Betrug. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen menschlich, dass man andere Menschen auch noch attraktiv findet und der Gedanke, mit dieser Person würde ich auch gerne ins Bett, ist das schon fremdgehen? Nein, ich glaube, für mich, so im Kopf, wenn ich den Begriff erkläre, ist es irgendwie schon fremdgehen, aber ich würde jetzt nie, glaube ich, eine rechte Konsequenz ziehen, wenn mein Partner so etwas machen würde oder ich so etwas würde machen. Also ich würde mich nicht schlecht fühlen. Ich glaube, es ist ein mega grosser Unterschied, wenn du jetzt siehst, eine Person läuft an dir vorbei und du denkst, oh hey, die Person sieht mega gut aus, nicht schlecht. Aber wenn du also ständig an die gleiche Person denkst und denkst, dass du keine Ahnung mit dieser Person im Bett machen würdest, das finde ich ist betrugend. Wenn wir zwei zusammen wären und keine Ahnung, eine heisse Frau würde an uns vorbeilaufen, dann würde ich dir so spassmässig sagen, hey, die sieht ja mega heiss aus. Aber ich finde es jetzt halt einfach heiss, aber das heisst nicht, dass ich mich romantisch an dieser Person angezogen fühle. Ich würde dir jetzt einfach jetzt zum Beispiel mitteilen, hey, die sieht nicht schlecht aus. Muss nicht heissen, dass du für mich weniger Wert hast. Aber die Frau läuft vorbei und ich denke schon nicht mehr an sie. Aber wenn jetzt die Frau uns vorbeiläuft und ich nachher zu ihr gehe und ich noch mit ihr reden und die Nummer austauschen muss und wochenlang mit ihr schreiben und ich sie so heiss finde, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr grosser Unterschied, wenn man einfach andere Menschen attraktiv findet. Das ist ja normal, das ist völlig normal, dass man andere Menschen attraktiv findet, aber man fühlt sich von ihnen ja nicht so angezogen wie von der Person, die man liebt. Und deswegen finde ich, ist das so wie eine Grenze. Okay, also du sagst eigentlich, wenn man davon handeln, davon agieren und auf die Gefühle und eben eingeht. Ja. Das heisst, wenn wir schon beim Agieren sind, emotional und physisch, was findet ihr das Schlimmere fremdgehen? Boah, physisch. Mensch, da kann ich jetzt gerade sagen, ich persönlich fände es schlimmer, wenn meine Partnerin mir emotional fremdgehen würde. Ja. Weil das heisst, da ist nicht nur der körperliche Drang zum Beispiel da, um einfach mal etwas mit jemandem zu haben oder mal, weisst du, so ein bisschen die Aufregung mit jemand anderem etwas zu haben, sondern emotional bedeutet es, dass etwas in der Beziehung vielleicht fehlt, so das Zwischenmenschliche. Ja gut, aber es ist ja physisch genauso dann. Ja gut, aber das ist wie, ich habe das Gefühl, dass etwas, was du meinst, ich verstehe mega, was du meinst. Ich finde, wenn es emotional die Person fremdgeht, dann kann ich ihr emotional, bin ich ihr nicht genug oder sie hat das Gefühl, irgendetwas stimmt mit unserer Beziehung nicht und sie redet nicht mit mir darüber und sucht sich das Emotionale irgendwo anders und das ist ja schon Betrügen. Aber das ist ja beim Physischen ja genau das Gleiche, da kann ich ihr vielleicht im Physischen auch nicht das geben, was sie braucht und sie redet nicht mit mir und sucht sich das irgendwo anders. Also ich finde, es ist so wie balancemässig, etwas nicht genau das Gleiche, aber wenn ich müsste, gar vom Schlimmeren aus, ist es schon auch emotional, weil ich glaube, so beim Emotionalen kann es so wie vielleicht gar nichts mehr retten, weil die Person vielleicht gar kein Gefühl mehr für dich empfindet, wie wiederum beim Physischen ist so irgendetwas im Sexfeld, aber die Person empfindet ja trotzdem noch etwas für dich. Also ist es jemanden das, was du da sagst? Ja voll. Darf ich dreigrätschen? Nein. Ich finde es mega schwierig, wenn du sagst, das Emotionale ist schlimmere für dich, wobei ich finde, für deine Emotionen kannst du meistens eigentlich nichts, das ist keine bewusste Entscheidung. Und genau das finde ich auch das Schlimme. Ja, aber da kannst du nicht sagen, das ist schlimm, dass du das gemacht hast, das ist einfach eine Emotion, die die Person hat. Wiederum das Physische, das ist eine bewusste Entscheidung, ich mache das jetzt. Verstanden. Und du kommst eine Piste. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich bin hässig auf dich, weil du dich jetzt in jemand anderes verliebt hast. Ja voll, das verstand ich. Aber genau wegen dem finde ich es für mich schlimmer, weil du dann sozusagen machtlos bist. Du musst einfach akzeptieren, dass die Person niemand liebt. Genau, du müsstest es akzeptieren. Aber das ist nicht das Problem dieser Person. Das Problem dieser Person ist, dass sie nicht mit dir kommuniziert hat, bevor sie dich emotional betrogen hat. Und ich glaube, sie hätte mit dir kommunizieren können, sie hätte sagen können, hey, mir geht es momentan nicht so gut, meine Gefühle sind momentan voll nicht rum und deswegen brauche ich gerade eine Pause oder irgendetwas, aber sie hätte es mit dir kommuniziert, also ja, ist es schlimm. Okay, stopp, stopp, ich sehe zwei Hände, die oben sind, Olli und Luca, ich will unbedingt etwas sagen. Ich will unbedingt etwas sagen. Danke. Und zwar ist das glaube ich das, was das Schlimme für einen Menschen ist, weil das Emotionale bekommst du meistens erst nach einer gewissen Zeit mit, weil sorry, wenn ich in einer Beziehung bin und plötzlich ein Gefühl für jemand anderes habe, ich weiss, das klingt jetzt ansehend und egoistisch, aber dann gehe ich nicht zu meinem Partner und sage, oh mein Mensch, nein, stopp, ich sende Pause, das finde ich, also mega cool, wenn das Leute machen können, ich kann das im Fall nicht, weil vielleicht bin ich auch falsch in meinem Kopf, vielleicht habe ich auch gar nicht viel für diesen Menschen und ich glaube, das ist das Schlimme für die, Noelia und auch für die, Vero, dass das Emotionale euch mehr weh tut, weil man es erst nach einer gewissen Zeit mitbekommt, wo eben der physische Akt vielleicht auch schon passiert ist und darum ist es für mich physisch schlimmer, weil alles andere Bekommen jetzt hast du eigentlich gar nicht mit, darum… Mhm. Ich lasse jetzt physisch mal ganz aussen vor, wir sind jetzt nur beim Emotionale. Du kannst ja unterschiedliche Emotionen für unterschiedliche Leute haben, also weisst, ich meine, nur weil du mal, ich sage jetzt, einen Crush hast oder ein flauschiges Gefühl bei irgendwem, und ich meine, das gibt es mega oft, da habe ich zum Beispiel auch schon bei Kollegen oder so, wo ich bin, so nie, never ever, würde ich irgendwas Romantisches mit dieser Person haben wollen, noch irgendwas so, aber du hast halt gleich das Gefühl. Was nicht heisst, ich betrüge meine Freundin mit diesen Leuten, heisst nicht, ich betrüge meine Freundin emotional mit diesen Leuten, sondern heisst einfach, ich habe tieffere Emotionen für andere Leute als meine Freundin. Und was voll okay ist, weil ich meine, du hast immer eine emotionale Bindung zu einer Person. Ob die jetzt romantisch ist, beziehungsweise muss alles nicht romantisch sein aussen herum. Also ich meine, du kannst mehrere Leute lieben, ohne dass du jemanden betrügst. Ja, aber fix Ole, ich meine, ich liebe meine beste Kollegin auch. Ja eben, dann ist es ja ein emotionaler Betrug. Aber das ist eine andere, nein, das ist eine völlig andere Art von Liebe. Das ist, das ist nicht eine Liebe, ich will mit dir das Leben verbringen. Das ist eine Liebe, du gehörst in meinem Leben, du bist meine Familie. Es ist so, ich liebe meine Mutter auch, betrüge ich jetzt jeden Partner und jede Partnerin. Also ja, vor allem Partner, nein. Also weisst du, was ich meine? Nein, das kannst du nicht miteinander verbinden. Für mich ein emotionaler Betrug ist, wenn du schon lange weisst, dass du mich nicht mehr liebst und du die ganze Zeit in den Gedanken bei jemandem anders bist. Es ist klar, die Gedanken passieren nicht von heute auf morgen. Es braucht seine Zeit und du musst auch mit diesen Gedanken klarkommen und herausfinden, was ist jetzt gerade mit mir los. Aber wenn du den Moment erreicht hast, wenn du es checkst und du es nicht mit mir kommunizierst, dann betrügst du mich. Okay. Und, sorry. Und deswegen kannst du es nicht verbinden. Klar, ich meine, ich bin jetzt mit Noelia zusammen und ich liebe sie über alles. Ich liebe sie über alles. Und Oli, dich liebe ich auch, aber ich liebe dich als Kollege. Ja, voll. Also ich betrüge Noelia nicht, weil ich gebe ihr immer noch meine Aufmerksamkeit, ich gebe ihr immer noch meine Liebe. Sie muss nicht daran zweifeln, dass ich nicht mehr an ihrer Seite sein werde. Das ist ein völliger Unterschied. Wie wenn ich mit ihr zusammen bin und ich dich liebe und ich merke, ich habe ein Gefühl für dich. Dann fängt meine, das, was ich dir gebe, fängt sich ja an zu reduzieren. Und Noelia wird sich nachher... Wird es reduziert? Also ich rede jetzt von mir. Ja, also wenn ich jetzt mit dir, also so habe ich es oft erfahren, dass wenn Leute sich emotional nicht mehr verbunden fühlen, ähm, oder ich mich emotional nicht mehr von dir verbunden fühle, dann kann ich dir ja gar nicht mehr das geben, was du ja eigentlich dir wünschen würdest. Und du wirst ja dann irgendwann mal auch merken, irgendetwas stimmt nicht. Weil mein Fokus bist ja nicht mehr du, mein Fokus ist ja nachher der Oli. Also nein, ich finde, das ist ein bisschen komplexer. Und ich rede jetzt auch aus vielen Erfahrungen und Gesprächen, die ich mit Kolleginnen hatte. Eigentlich praktisch alle meine Kolleginnen sind schon in langjährigen Beziehungen, so fünf bis sieben Jahre. Und jede Einzelne ist mal an einen Punkt gekommen, wo sie plötzlich so ein komisches oder ein kribbelndes Gefühl für einen anderen Typ, der nicht ihren Freund zu sein ist, gefühlt haben. Und das hat sie halt mega belastet, weil sie lieben ihren Freund, sie lieben die Beziehung, sie wollen das nicht aufgeben, aber sie spüren plötzlich die Anziehung zum anderen Mann. Und ist das für dich auch emotional Betrügen? Nein. Okay. Weil, ähm, sind sie dann auch nachgegangen? Nein, aber gedanklich hat sie mega beschäftigt. Nein, ist das für mich dann nicht. Aber ich glaube, das ist eben das, worum man es physisch schlimmer findet. Weil wenn mein Partner zu mir kommt und zeigt, eben, wenn ich einen Partner habe, der so stark ist und kann herrstehen und das sagen und kommunizieren kann, dann kann ich ihn noch umstimmen. Weil ich weiss, was ich für einen Mensch bin, ich weiss, was ich für einen Power habe. Ich weiss, ähm, dass ich die Person über alles liebe und er mich ja auch, aber eben vielleicht so Gedanken kommen. Und darum weiss ich, ich kann dort noch irgendetwas richten. Wiederum, wenn du zu mich kommst und sagst, oh mein Gott, ich bin dir letzte Nacht draus im Ausgang mit irgendeinem anderen Typ, das widert mich im VfK. Und ich denke mir einfach... Dieses Geschlechtsteil ist irgendwo anders drin gewesen. I don't want it anymore. Verständlich, verständlich. Ich komme mal zu der nächsten Aussage. Sonst könnten wir wirklich noch Stunden über das diskutieren. Ja, definitiv. Once a cheater, always a cheater. Finde ich nicht. Also ich glaube, es kann es mal geben, dass man einfach eine schlechte Entscheidung trifft. Und du kannst jetzt sagen, ja, es ist eine schlechte Entscheidung. Okay, dann hast du dann halt vielleicht die Bezüchung versaut. Okay. Dann stellst du fest, scheiße, der Mensch ist mir wirklich mega, mega, mega viel wert gewesen. Und es hat sich nicht gelohnt, in Gänsefüßchen, das zu machen, weil es Betrug gewesen ist. Und die Person das nicht mehr will oder die Bezüchung beendet. Gut, dann hast du was für die nächste Bezüchung gelernt. Dann bist du lieber, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, die mir auch weh tun hat, auch wenn ich der Idiot war eigentlich. Aber ich lerne daraus, dass das nicht geht. Eigentlich sollte das klar sein, dass das nicht geht. Aber du kriegst dann die emotionale Erfahrung, dass auch dich trifft, wenn du jemanden betrügst, der dir wichtig ist. Ja, mega. Aber gleichzeitig gibt es diejenigen, die daraus lernen. Und es gibt auch diejenigen, die definitiv nicht daraus lernen. Also, weisst du was ich meine? Ich muss sagen, die eine, die ich vor kurzem noch datet habe, hat jede Beziehung betrogen. Und jede Beziehung aus Egoismus betrogen und hat nie etwas daraus gelernt. Weil sie es einfach gemacht hat, weil sie Bock hatte. Also finde ich, hat sie jetzt da etwas daraus gelernt? Nein. Und es ist ihr so wie auch egal gewesen, dass sie die Person jetzt gerade betrogen hat. Und wiederum finde ich, hätte sie etwas daraus gelernt, würden sie das ja nicht jedes Mal machen. Also, es gibt immer, also ich sage nicht, always a cheater. Once a cheater, always a cheater. Definitiv nicht. Weil es gibt Menschen, die daraus lernen, aber eben genauso gibt es halt die Menschen, die nicht daraus lernen. Ich habe noch eine Theorie aufgestellt mit einer Kollegin. Etwas, das vielleicht eben genau helfen könnte. Wo es um die Diskussion ging, dass sie eben für einen anderen Typ plötzlich so das empfinden hat. Oh mein Gott, sie würde eigentlich gerne noch etwas mit ihm haben. Dabei hat sie einen Freund. Da haben wir gesagt, eigentlich wäre es irgendwie noch lustig. Also, ich weiss nicht, ob es lustig ist oder einfach nur problematic. Aber wenn man wie so drei Freipass hätten beziehen. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin voll für Freipass. Schlussendlich, wenn du von Anfang an... Es wird wahrscheinlich mal zu einem Punkt kommen, wo du jemand anderes mega attraktiv findest. Und wenn du eben das physische mega spürst und es nie blöd gesagt, du kannst ausleben. Weisst du, ich meine so, du findest eine Person mega attraktiv und dann denkst du, oh mein Gott, ich will dich küsse, ich will etwas mit ihr haben. Eigentlich bist du aber mega glücklich in der Beziehung. Und wenn du das nicht auslebst, kann es nicht sein, dass es dann eben zum emotionalen Fremdgegen wird. Dass du plötzlich anfangen zu nachdenken, die Person ist so toll, ich würde mega gerne irgendwie... Hey, das... Einfach, wenn du es einmal auslebst, blöd gesagt, wie so, dann ist der Furz los. Und dann... Hey, ich finde es eigentlich eine mega gute Theorie, weil die meisten, die dann ja in dem Moment fremdgegen, bereuen es ja mega, weil es ja gar nicht so war, wie in den Ehrevorstellungen. Oder... Ja, das eben. Das Kribbeln... Hey, das ist die Vorstellung, die Anspannung. Es ist einfach nur die Vorstellung, die du hast, die dich so eh... das Kribbeln lassen lässt. Und dann machst du es, also dann kommt es wirklich zu diesem Moment, und dann denkst du, hey fuck, was habe ich gemacht? Das war ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe auch das Gefühl, also... Erstens mal, ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen den langjährigen Bezirkungen. Also, ich weiss nicht, wenn du nach einem Jahr so bist, ich will etwas anderes, blablabla, dann bist du so, ja, okay, gut, vielleicht wärst du besser Single. Aber wenn du sieben Jahre, sieben Jahre, das ist verdammt lang, mit jemandem zusammen bist und immer treu bist und Menge... Also, ich sage jetzt, einmal das Gefühl hast du, hm, vielleicht wär's was. Wie schlimm ist es, wenn du das mit deinem Partner ansprichst? Also, weisst du, so, jo, schau da und da, was sind unsere Möglichkeiten? Haben wir Möglichkeiten zur Freipass? Ist das emotional okay für uns beide? Ist das vertretbar für uns beide? In dem Sinn, dass du es nachher... Du sagst zwar ja, aber du nimmst es dem anderen gleich böse? Da wollte ich eben anhaken. Weil ich finde es super, wenn meine Partner mit mir über das reden würden, nach sieben Jahren. Vorher nicht. Oder nach fünf Jahren von mir aus. Und sie würden mit mir darüber reden, aber gleichzeitig, ich glaube, würde das bei mir etwas auslösen. Es würde Unsicherheit auslösen und sagen, das bin ich es nicht mehr wert. Es kommt davon an, wie man es miteinander bespricht. Ja, und vor allem, wie die ganze Bezirkung aufgebaut ist, auch mega. Es kann schon sein, dass sie sagen, okay, ich verstehe dich mega, dass du das jetzt brauchst und dass du das ausleben willst. Vielleicht solltest du es auch. Aber gleichzeitig würde es bei mir, also ich rede jetzt von mir persönlich, würde es bei mir anfangen, Unsicherheit auszulösen. Und diese Unsicherheit, auch wenn sie nachher kommt und sagt, ah, es war mega scheisse mit ihm oder ihr. Und es bezieht genau so weiter wie vorher, bleibt ja trotzdem immer noch die Unsicherheit bei mir. Vielleicht kommt sie irgendwann mal wieder. Ja. Oder ich bin ihr nicht gut genug. Oder ich kann ihr etwas nicht geben. Irgendetwas fehlt. Aber sie kommuniziert ja nicht, dass bei mir etwas fehlt. Weil es fehlt ja in diesem Moment ja nichts. Aber diese Gedanken, das ist ja nachher so wie ein Eigenträger. Da bist du eigentlich das Karussell. Ja, genau. Ich muss auch schon unterbrechen. Haben Sie das Gefühl, man sollte es ansprechen? In einer Beziehung, sagen wir mal. Definitiv. Ja. Ich bin jemandem emotional fremd gegangen oder physisch, spielt jetzt keine Rolle. Ich bin aber mega glücklich in meiner Beziehung. Und ich weiss zu 100 Prozent, ich will nicht Schluss. Ich will die Beziehung weiterhin nach wie vor. Ist es dann eh auch kontraproduktiv? Definitiv. Ich glaube, dort ist der Unterschied. Das ist aber wie du, Vero, gesagt. Aber es kommt immer irgendwann mal aus. Dann sagst du es lieber. Ja. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben, dass du jetzt noch hinzufügen hast, ich will die Beziehung unbedingt und ich will sie behalten. Ich glaube, ich habe in meinem Freundeskreis ein paar, die es so gegangen ist. Leute, die mit einer Frau zusammen waren und gleich mal mit einem Mann etwas haben wollen oder Leute, die mit einer Frau zusammen waren und mit einer anderen Frau etwas haben wollen. Wie auch immer. Ich hatte es schon mal in allen Konstellationen in meinem Freundeskreis. Und so gut wie alle habe ich es eigentlich angesprochen und eigentlich bei den meisten ist es gut rausgekommen, weil das Gegenüber weiss Bescheid. Klar, wie du auch gesagt hast, Vero, ist das dann eine mega Unsicherheit, die du hast aus dem Gegenüber, aber schlussendlich entweder gehst du deinem Partner eigentlich so mega hinten durch und hast deine Emotionen oder du sprichst das an. Dein Partner ist vielleicht verunsichert, aber ich meine, du bist nachher eigentlich in dieser Position aus einem guten Partner, der deinem Gegenüber das Gefühl geben muss, ich bin für dich da und ich möchte dich für immer oder was auch immer. darum geht es jetzt kitschig, aber ich glaube, du hast den ersten Zepter in der Hand, dass du die Gefühle von deinem Partner steuern kannst. Ja. Finde ich. Und ich finde auch, es ist viel schlimmer, wenn es ein Geheimnis bleibt eigentlich. Weil erstens mal, wenn man es rausfindet, ist es mega scheisse. Wenn du das ganze Gefühl hast, fuck, ich finde es raus. Das ist auch ein mega scheisse Gefühl. Und ich meine, wenn du aktiv etwas verheimlichen musst, dann gibt es immer Druck von beiden. Weil du bist unsicher, du bist so, ich will das unbedingt verstecken. Die andere Person checkt, irgendwas ist komisch, weil ich meine, ich bin fünf Jahre mit dem Menschen zusammen, ich kenne den. Was ist da los? Und dann gehst du selber nachfährst und findest selber raus, da ist noch viel beschissener, als wenn es dir einfach jemand sagt, hey, schau, da und da ist die Situation. Und was ist, wenn du die Garantie hättest, dass es nicht rauskommt? Du weisst die Garantie, sagen wir mal, du bist irgendwo in Kuba in den Ferien. Deine Freundin ist in der Schweiz. Es ist nicht, blöd gesagt, Beweislage, sondern du weisst es und du weisst, dass emotional falsch war in dem Moment. Ja, voll. Ja, voll. Es könnte ja voll der Arschloch sein. Ja, sicher. Aber da sind wir eben wieder bei einmal scheider, immer scheider oder halt raus gelernt. Ja, voll. Also wenn du ein guter Mensch bist, dann würde es dich beschäftigen. Wenn du kein guter Mensch bist, dann hast du es schon am nächsten Tag vergessen. Also ich habe nochmal… Aber mein Gedanke ist da eben, wenn du eigentlich gute Intentionen hast und die Beziehung behalten willst, ob es dann… Auch wenn du ein entreckiges Gefühl hast, schlussendlich geht es dir entreckig, du bist die Person betrogen, die du liebst. Ja. Ist es nötig, das zu sagen, wenn du weisst, es kommt sowieso nicht raus, weil eigentlich würde die Beziehung wahrscheinlich eher nur schaden, oder ist es nötig, um irgendwie noch eine tiefe Vertrauensbasis zu schaffen? Ich glaube, es ist wichtiger, wie du es jetzt gerade gesagt hast, um mit dir für eine Vertrauensbasis zu schaffen. Weil ich weiss nicht, wie… Also wenn du betrügst und du hast das immer in deinem Kopf… Weisst du so, auch wenn du eine Garantie hast, dass es nicht rauskommt, die Angst hast du ja trotzdem die ganze Zeit. Und das beeinflusst dich immer schon krass. Wenn du mit jemandem sieben Jahre zusammen bist, die Person merkt irgendwann mal, dass etwas nicht stimmt. Verstehst du? Und das wird dich nachher auch ficken. Deswegen lieber, wenn du sagst es und sagst, es war ein Fehler, es ist aus diesem und diesem Grund passiert, ich war dumm, blablabla. Und du kannst das mit der Partnerin besprechen, wenn die Liebe so stark ist, dann wird die Partnerin entweder verstehen und macht Paartherapie, was auch immer. Oder merkt, hey, da und da sind eigentlich die Probleme gewesen, wegen dem ist es passiert und man kann dann an diesen Problemen arbeiten. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es immer ein mega Problem sein muss, dass sowas passiert. Also klar, es ist ein Problem, wenn du betrügst, aber dass du das Gefühl hast, ich will mal mit jemandem anderen oder ich will zum Beispiel eben mal mit einem Mann, mal mit einer Frau, mal ausprobieren, was mir überhaupt gefällt. Finde ich dann mega wichtig, dass das ansprichst und dass man auch schauen kann, hey, was ist okay im Rahmen der Bezirkung und was nicht. Luca, du hast schon lange nicht mehr geredet. Nächste Aussage. Nächste Aussage. Achtung, die ist juicy. Männer gehen eher fremd als Frauen. Nöö. Nööö. Hmm. Ich finde, man kann es eben nicht am Geschlecht festheben. Ich finde, Männer wie Frauen betrügen. Und ich habe einfach das Gefühl, vor allem die schwule Szene, da wird durchbetrugen, geht nicht mehr, aber bei den Lesben genau so. Und bei den Lesben bekommst du es einfach weniger mit über, weil sie weniger darüber reden. Und wenn sie mit den besten Kolleginnen sprechen, muss es natürlich nicht weiterverzählen. Und bei den Schwulen hat es den gesehen und den dort gesehen und dann kommt es weit drauf. Also ich finde, man kann es nicht einfach am Geschlecht festheben. Aber ich finde, Mann, Frau, Trans, Non-Binär, es betrugen alle in diesem Bereich. Hast du nicht das Gefühl, dass es bei den Schwulen eher so vorkommt, dass physisch schneller betrogen wird? Dass man schneller mal mit einem anderen Mann in die Kiste geht? Oh so. Und bei den Frauen ist es eher so, dass, ich meine, emotionale Betrüge, es ist ja auch so bei Lesbenbärchen, man sagt nach zwei Wochen, U-Haul rufen zusammenziehen, weisst du, so geht die emotionale Bindung mega fest. Adoptierte Katze. Fragen wir doch mal den Schwulen-Runde, gell? Ja. Also, los. Ich bin mir es ein bisschen anders gewöhnt, tatsächlich. Ich bin mir gewöhnt, es zu fragen, mehr fremd. Ähm, mhm. Same. Aber, ähm, ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen schwierig, wie die Vera auch gesagt hat, das wirklich am Geschlecht zuzuordnen. Ich glaube, es hat auch gewisse Charakterzüge hinter sich. Also, ich meine, es gibt Leute, die sind im Fall einfach, die können das einfach nicht. Die haben den Sex-Drive so richtig, ich will heute bumsen, ich will morgen bumsen, ich will übermorgen bumsen. Bumsen, 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 bumsen. Das, ja, fair. Also, weisst du. Aber das gibt es eben leider nicht. Und das gehöre ich, doch, gibt es aber nicht so viel. Aber das gehöre ich halt schon eher von den Mannen, darum stimme ich irgendwie auch so ein bisschen dir Dinge zu. Aber ich habe so viele Lesbe-Kolleginnen, jö. Also, ich weiss auch nicht, wenn ich hier meine Lesbe-Runde anschaue, was geht bei euch ab? Ich finde es ein bisschen schwierig, ich finde es ein bisschen schwierig. Wer weisst du schon mal bedrugen? Ähm, ja, aber man könnte ja nachher darüber reden. Du bist unsere Quote-Lesbe, die betrügt. Ich weiss, man könnte ja nachher darüber reden, ob es wirklich Betrüge gewesen wäre. Ist das ein bisschen so... Graubereich? Ja, es ist eben nicht von mir rausgekommen, deswegen reden wir nachher darüber. Okay, dann möchte ich einfach nur noch schnell zu diesem Thema meine Gedanken dazu sagen, dass ich eben erstens das Gefühl habe, dass man es nicht am Geschlecht zuordnen kann, weil ich glaube, es ist eher so ein Charakterzug. Zweitens möchte ich sagen, dass es, glaube ich, bei den Männern einfach mehr rauskommt, aus dem Grund, weil die Männer einfach so den Drang haben, dass auch nicht zu erzählen, dass sie jetzt gerade eine, eine irgendwas gepumst haben. Der Triumph. So, der richtige Triumph. Oh mein Gott, ich habe sie gepumst, obwohl ich immer noch der Meinung bin, also wenn sie nicht gekommen ist, hast du sie sicher nicht gepumst. Dann hat sie dich gepumst. Nöp. Und ich sehe es bei den Schwulen, wie du auch gesagt hast, wer auch bei der Schule ist, also ich glaube, es ist eben schon... Dort ist auch einfach der Sex-Drive, es ist einfach so, ich will, ich will, ich will. Und wenn es mir meinen Partner gerade nicht gibt, dann nehme ich halt einen anderen. Weisst du, was ich meine? Und ich bin halt dann eher, der einfach die Hand vor ihr nimmt, weil der tut niemandem weh. Aber sorry, finde ich halt, das ist bei den Lesben genau auch so. Ja, das sage ich ja. Also weisst du, es tut mir mega leid, aber die Lesben gehen vielleicht nicht gerade in einen Club und betrügen ihre Freundinnen, die gehen mit einer Frau irgendwo anders, in einem Hotel, keine Ahnung wo, und betrügen sie dann dort. Verstehst du, was ich meine? Deswegen finde ich einfach nicht... Nein, also meine Antwort auf die Frage ist definitiv, nein, man kann es nicht an einem Geschlecht zuordnen, sagen Männer oder Frauen oder trans oder non-binär. Ja, trans war das Stichpunkt. Oli, wie ist es so in der trans Szene? Keine Ahnung. Ich kenne keine trans Leute. Weiss nicht. Nein, ich habe das Gefühl, das ist schwierig. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Freundin hat das Bedürfnis, um mit einem cis Mann zu schlafen, wäre das mega schlimm für mich. Und zwar aus dem Grund, so bin ich dann nicht Mann genug. Oder? Also weisst du, dann kommt wie Transidentität im Weg von dem. Und wiederum kannst du sagen, ist sie mega hetero, wenn ich zwar trans Mann bin, aber halt gleich noch trans. In dem Sinn, wäre es für mich schlimmer, wenn sie mit einem Mann schlauft, also mit einem cis Mann oder mit einer cis Frau. Also weisst du, ich finde Betrügen immer recht schlimm, aber zum Beispiel für mich wäre es schlimmer, wenn meine Freundin mich mit einem Mann betrügen würde. Also weisst du, so cis Mann. Und ich glaube, darum kann man so abschliessend, weil ich wirklich sage, Es kommt nicht aufs Geschlecht drauf an. Ich möchte einfach auf meiner Theorie bleiben. Ich glaube, es kommt genau nicht aufs Geschlecht drauf an. Und ich glaube, die Theorie, dass Männer mehr fremd gehst, wirklich mehr, weil du von diesen Männer wirklich einfach mehr erfährst. weil sie es gerne sagen möchten. Und ich bin der Meinung, weil es mehr physisch ist. Frauen haben vielleicht mehr emotional und das physische kommt schneller ans Licht. Aber ja, wir könnten ja jetzt wirklich mal dazu kommen. Luca, hast du schon mal betrogen? Warum? Schau immer Mia und fragst das. Ich frage jetzt Ali. Ich kann mit dir angefangen. Okay. Ja, wie schon gesagt, wir waren auch mal jung und dumm. Also, vielleicht nicht Ali, aber ich. Ja, aber es war eine ganz blöde Situation. Also, es war wirklich so, ich habe dann noch Alkohol getrunken und ich habe eigentlich einen Partner gehabt und ich bin eigentlich glücklich gewesen. Und dann habe ich einen im Club gesehen und ich dachte, wow, kann ich die haben? Und irgendwie hat er auch... Und dann hast du es probiert und es jetzt noch zu mir getrunken. Nein, ich will es im Fall nicht für harmlos. Es ist im Fall nicht mega cool. Ja, es ist schon nicht geil. Also, wie gesagt, ich habe im Fall mega daraus gelernt, ich habe mega Trust-Issues mittlerweile bei Menschen, weil ich weiss, was ein Mensch für ein Arschloch kann sein. So wie in XB gewesen. Und es war echt so dumm. Es war wirklich echt dumm. Ich muss aber fairerweise zu sagen, ich habe es ehrlich angesprochen. Ich bin am nächsten Tag direkt zu meinem Partner dann hergegangen und habe gesagt, ich habe im Fall mega Scheisse gemacht. Und ich finde, das ist etwas, wo auch von Stärkchen überzeugt, wenn du kannst herstehen und sagen, hey, ich habe im Fall einen Hurescheisse gemacht. Egal, was jetzt gerade auf dem Spiel steht, du bist im Fall jetzt der, der das Zepter in die Hand nimmt und sagt, was willst du jetzt? Weil ich möchte dich eigentlich unbedingt. Ich habe es gemerkt, das war ein Scheisse, was ich gemacht habe. Aber ich will nicht, du schlussendlich der, der verletzt ist und jetzt einfach mal gezwungen, etwas zu machen. Und ich habe ausgelärt, das ist das einzige Mal gewesen und das ist auch etwa mit 16, 17 Jahren gewesen oder so. Seitdem nie mehr wird ich das machen. Nie mehr. Ja, also bei mir ist ein mega komplettes Gesicht. Ich war im Ausgang mit der Kollegin und sie hat andere Kolleginnen dabei gehabt. Und dann sind wir am Redex gewesen und dann hat sie mich geküsst und ich habe mich umgedreht und dann habe ich gesagt, hey, sorry, ich kann nicht, ich habe eine Freundin. Und dann sind sie so, ah, okay, dann mache ich es nicht und in dem Moment hat sie mich geküsst und da geküsst ist jemanden zehn Sekunden gegangen, aber die zehn Sekunden habe ich ja schlussendlich wie auch mitgemacht und haben sie aber nachher weggestossen und gesagt, hey, ich habe dir gerade gesagt, ich habe eine Freundin und ich kann nicht. Nachdem, dass sie geküsst ist? Nein, sie hat mich geküsst. Ja, aber zehn Sekunden. Ja, wegen dem, für mich ist das in dem Moment, ich habe sie übertrogen. Ja, ja, also eben. Würde ich auch sagen. Also, ich finde auch, aber ich wollte es nicht. Also, weisst du, was ich meine? Warte, zehn Sekunden sind verdammt lang. Ja, ein Zettel Sekunden wäre die weich gewesen, das ist kein Betrug gewesen, aber zehn Sekunden sind zu lang. Ich habe es nicht wollen. Nein, es ist definitiv eine Betrüge gewesen und ich habe es auch mega bereut, aber im Gegensatz zu dir, Luca, ich habe es ihr nie gesehen. Okay. Darf ich noch ganz schnell, ich weiss, es ist jetzt vielleicht Wortklauberei, aber ich kann nicht, ich habe eine Freundin, ist doch völlig den falschen Ansatz. Es ist so, ich will nicht, ich bin glücklich mit meiner Freundin. Aber ich weiss, was man, also weisst du, irgendetwas so in der Art, ich habe einfach gesagt, ich kann nicht, oder ich kann nur eine Freundin. Aber das klingt dann wie so, eigentlich würde ich schon wollen, aber ich darf nicht, also hättest du einen Vertrag unterschreiben, weisst du, ja, mega. Statt ich will nicht, ich bin glücklich. Hey, wie gesagt, ich meine, es ist im 2018 gewesen, das sind fünf Jahre her, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade gesagt habe, ich weiss einfach nur, ich habe gesagt, und ich glaube, ich habe wirklich gesagt, ich kann nicht und ja, es kann sein, das ist schon scheisse, wenn ich das gesagt habe. Gut. Definitiv, aber ich finde, dass ich so scheisse von mir, dass ich so schwach war, und es ihr nie gesagt habe. Gut, wenn wir schon bei dem Vertrag sind, wo ich ganz kurz... Warte schnell, bevor man überlebt, wieder mal. Ich bin bedrohend worden, ich bin bedrohend worden. Ich bin auch noch nie verbetracht worden. Aber ich muss sagen, es ist auch schon fast dazukommen, ich habe es nicht gemacht. Okay. Der Zurich Pride Podcast, so queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcasts und Spotify abonnieren, Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf ZurichPridePodcast.ch Produktion Kevin Burke. Letzte Frage, und die finde ich noch ziemlich spannend. Hat die moderne Gesellschaft realistische Erwartungen an Monogamie oder ist es so eine veraltete Norm, die eigentlich überdenkt werden oder blöd gesagt angepasst werden sollte? Also... Sind wir aus Natur so monogam? Nein, ich glaube nicht. Du hast ja eine offene Beziehung, oder? Mittlerweile auch nicht mehr, nein. Okay. Momentan geht nicht. Also, wie sagen wir das? Wir schauen halt immer so ein bisschen, wie geht es uns, wie stehen wir zueinander? Und ich sage, blöd gesagt, sind wir nicht in einer schwierigen Phase, so füreinander eigentlich, aber wir sind gleich so, wir sind mega glücklich monogam. Momentan gerade. Also ich meine, wenn es irgendwann nicht mehr passt, kann man immer noch schauen, öffnen wir Bezüge, gibt es Freipass und so. Aber ich finde es schwierig zu sagen, ja, alle sind, also alles sollte monogam sein. Was ich dort finde, wenn du nicht monogam lebst, dann muss das allen klar sein und es braucht Regeln. Und an die Regeln musst du dich halt einfach halten, weil sonst ist es genau gleich betrügen, weil für das hast du ja Regeln. Ich denke nicht, dass man es konstruktiv komplett überdenken muss. Also ich meine, da kann ja jeder für sich selber entscheiden. Du musst nicht sagen, jetzt müssen wir eigentlich alle poli sein und dann gibt es noch ein paar, die monogam leben, sondern vielmehr, yo, monogam ist jetzt nicht gerade das einzige Konzept, das es gibt, und es ist auch voll okay, dass es andere Konzepte gibt. Auf jeden Fall, aber trotzdem hast du doch ein bisschen den gesellschaftlichen Druck, dass es eigentlich monogam sollte sein. Also ich bin auch ein Mensch, ich habe nur monogamie Beziehung gehabt und ich kann auch weiterhin vor, monogamie Beziehung zu haben. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, wir Menschen sind doch so gemacht, dass wir immer so ein bisschen das wollen, was wir nicht können haben. Also wie so, wie ein Kind, die eine Süssigkeit hat, die es nicht befallen hat, dann ist doch der Reiz da. Und wenn du weisst, du könntest es theoretisch haben, sagen wir mal, wenn die gesellschaftliche Norm polygam wäre, es wäre völlig normal, stellt euch das mal vor, dann ist doch vielleicht der Reiz weniger da, oder es ist weniger schlimm, weniger tabu, das Fremdgehen-Thema. Es wäre kein Fremdgehen bis zu einem gewissen Punkt. Also, wenn du sagst, du bist offen. Ich sage, du musst nicht fremdgehen, aber du weisst theoretisch, es ist kein grosser Skandal. Das meine ich. Es ist wie so, es ist kein Verbrechen, weil jetzt fremdgehen ist gerade so ein Thema. Also, fremdgehen, oh mein Gott, mega schlimm, verlohen, verlohse ich. Ja, das finde ich eh ein dummer Ansatz. Also, ich meine, wenn du in einer Beziehung betrogen wirst, und du blöd gesagt, also blöd gesagt, emotional drüberstuhl kannst, also du sagen kannst, wir haben gleich noch eine glückliche Beziehung, du hast gestanden, es ist okay, man hat darüber geredet, man hat angeschaut, wieso, warum und was und du bleibst gleich zusammen und dann gibt es Leute, die sagen, oh mein Gott, nein, ich könnte nie mehr mit der Person zusammen sein, die mich betrogen hat. Du bist so so, nach sieben Jahren, ein Fehltritt und du bist schau weg, also ist so ein bisschen, ich finde, man muss sich als Mensch verzeihen. Ja, mega. Aber nicht alles. Also, es kommt auch, also sorry, ich finde schon, dass man nach sieben Jahren kann das Betrugen verzeihen, aber gell, also sorry, es kommt immer noch darauf an, wieso, wie, wie lang, wie viele, also weisst du, was ich meine? aber also, um zurück zum Thema zu kommen, ich bin, wie du auch gesagt hast, ich bin so ein Mensch, wenn ich einen Partner habe, dann gehört er mir und nur mir und niemandem anderen. Ich könnte mir das komplett gar nicht vorstellen, können, aber tatsächlich Leute, die irgendwie mehrere Partner haben und das, also ich finde das eher so ultra spannend, weil ich finde, das wäre für mich mega Stress. Also irgendwie habe ich eine Freundin und auch noch eine Freundin und dann date ich noch eine und das wäre too much für mich tatsächlich, aber ich glaube auch, wie der Oli gesagt hat, ich glaube nicht, dass man wie komplett das ganze System überdenken müsste. Ich glaube mehr, dass man es einfach, wie soll ich sagen, ich glaube mehr die Akzeptanz und es einfach akzeptiert wird, dass es einfach auch Leute gibt, die das lieber hätten mit mehreren Partnern oder was auch immer, aber ich glaube, es muss einfach die richtigen Leute geben dafür. Also es könnte jetzt niemand zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte im Fall mega gerne mit dir in Beziehung sein, aber ich hatte auch noch einen anderen. Das würde einfach nicht so nötig. Es geht bei mir einfach und darum, ich glaube, wenn jetzt irgendwie der Weltherrscher würde kommen und sagen, aber jetzt seid ihr alle nicht monogam, das kann ich nicht mehr geben. Ich meine nicht, dass Monogamie nicht mehr geben würde, sondern dass die Polygamie wie so der Grundgedanke wäre im Sinne von, dass es so komplett akzeptiert ist, du darfst nicht nur selber entscheiden, nur mit einer Person. Ich glaube, die Welt ist momentan so in einem Wandel im Fall, also in mega verschiedenen Themen nehmen und dort habe ich im Fall einfach das Gefühl, ich weiss nicht, ich bin so ein Step-by-Step-Mensch, also man könnte nicht alles auf einmal sein, aber ich hoffe, ich bin voll bei dir, also ich akzeptiere es voll, weil ich meine, es ist nicht mein Leben und ich glaube, das ist der Grundsatz, den man ändern muss. Dass es im Fall nicht mein Leben ist, es ist nicht meine Haustüre, darum geh heim, wisch vor deine Haustüre, trink dein Bier und nicht anderen ihres. Und ich glaube, nicht, dass man die Systeme akzeptieren muss, sondern im Fall einfach der Grundsatz Mensch, dass Arvero ihre Probleme nicht meine Probleme sind und darum go for it, mach was du willst, ich mache es nicht. Und genau so wie man andere Sexualitäten akzeptieren sollte, sollte man auch andere Beziehungsformen akzeptieren. Es ist okay, dass es Monogamie gibt, es ist okay, dass es Polygamie gibt, es ist okay, dass es offene Beziehung gibt. Schlussendlich, was für dich gut ist, ist für dich gut und was für mich gut, ist für mich gut und das sollte man einfach akzeptieren. Also ich bin definitiv auch ein monogamer Mensch, ich könnte niemals jemanden teilen und vor allem, ich habe nur Platz für ein Herz oder kann mein Herz und mein Aufmerksamkeit nur einer Person geben, ich könnte niemals das, was ich einer Person gebe, über zwei Personen geben, deswegen ist es für mich monogam, das stimmt für mich und wenn jetzt für Oli und ihre Freundin eine offene Beziehung ab und zu mal offen ist und das für euch stimmt, ist das okay. Ich meine, das ist eigentlich eine Sache zwischen OO2 und für dich selber natürlich und deswegen finde ich Monogamie muss man nicht überdenken, vielleicht sollte einfach jeder Mensch für sich selber überdenken, welche Beziehungsform ist für mich eigentlich richtig oder welche Beziehungsform ist für mich wichtig mit der Person, wo ich jetzt zusammen bin, deswegen finde ich, nein, man muss es nicht überdenken. Und ich finde auch ganz interessant, wenn man sagt, ja, Poli ist jetzt neu oder halt nicht die Norm und dann schaut man in andere Kulturen und dort ist es eigentlich fast normal, dass man mehr wie Frauen hat. Wiederum andersrum, oh mein Gott, geht ja gar nicht, sozial definitiv weniger anerkannt in dem Sinn, und darum finde ich es einen schwierigen Ansatz, um zu sagen, ja, die Norm ist Monogamie. Also weisst du, ich habe nicht das Gefühl, dass, also klar, ich sage jetzt in unserem breiten Grad, genau, ist es der 0815-Standard Monogamie, ja, man ist zusammen, man hat Kinder, blablabla. Wiederum, wenn du in andere Kulturen schaust, gibt es sehr viele eben Männer, die mehrere Frauen haben oder andere kulturelle Ansätze von wie du in der Community lebst, also wie du in deiner Gesellschaft lebst und auch miteinander umgehst, also so allgemein. Darum finde ich es schwierig, zu sagen, ja, Monogamie ist 0815-Standard. Bei uns schon, aber es gibt sicher auch andere Kulturen mit anderen Standarten. Darum finde ich es, also klar, bei uns ist jetzt wie die Integration, ja, es gibt Polimenschen, es gibt Leute, die offene Bezüchungen haben und so, und dort finde ich eben auch, nicht ins Bier lassen, also, keine Ahnung. Du musst wissen, dass es für dich stimmt und ich finde das etwas mega Schwieriges. Wenn stimmt es für mich und wenn stimmt es für mich nicht und wie oft kann man wechseln und wie schaust du das mit deinem Partner an und so. Und dort ist halt dann mega viel Kommunikation und ich sage, nicht jede Kommunikation kann das erreichen. Also, du kannst noch so gut viel mit deinem Partner reden, wenn ihr nicht auf dieser Ebene wirklich kommunizieren und offen miteinander sein könnt, dann könnt ihr noch so viel miteinander reden, das funktioniert dann einfach nicht. Ja, voll. Also, danke vielmals für die mega spannende Diskussion und das Thema jetzt auch mit Polygamie und Monogamie und so, andere Kulturen, da werde ich mich eindeutig noch ein bisschen hineinlesen, ich finde es mega spannend. Ja, definitiv. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich so ein bisschen darüber informiert und schlussendlich jeder lebt so, wie er will. Genau. Jeder darf so sein, wie er will. Amen. Amen. Also, dann würde ich mal sagen, tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge von Next Generation Queer. Ciao, ciao. Der Zurich Pride Podcast. So queer ist Schweiz.